Da müsste man echt so eine Brücke rüber machen, ne? Irgendwie. Eine Brücke? Wohin? Von Dings nach Dings? Von Dings nach Dings. Also du meinst von unserer Mauer zu der anderen Mauer? Aha, das ist eine gute Idee. Aber geht nicht. Wahrscheinlich werden wir da wieder einen Zwischenpfosten machen müssen, weil es zu weit ist. Natürlich geht das. Naja, da muss ein Zwischenpfosten dazwischen. Das ist soweit, sonst bricht es so. Genau, sonst bricht der ganze Kletterer das zusammen. Ich komme dir gerade entgegen. 726. Na dann, komm. Warte, warte. Wirst du die Karte lesen, oder soll ich? Nicht so. Wir können ja eine Ich, eine Du. Eine Ich, eine Du. Genau, warte mal. Dann kann ich jetzt, äh... Ich bleib an der Straße. Ich, ähm... Warte, ich muss ja erst gleich eine lesen, ne? Äh... Mh 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 mh. Einia. Wäre denn Dinge passiert, unter. So, dann werde ich jetzt mal eine lesen. Mh 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 mh. Äh, ach so. Da muss ich absteigen führen. Jere Gott. Steigen, steig. Äh... Lesen. Ich muss mal gucken wie meine Schaufel aussieht. Äh... Raphael ist das. Der gute Raphael. Und die ist dort in diese Richtung. Kilometer sehe ich noch nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht weit. Noch 800 Meter. Ja, na ja. Ich sehe, ich sehe. Koppe, 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 Koppe. Sag mal, viel Spaß euch. Oh, Buddelspaß. Ja, danke. Koppe, 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 Schlaf gut. Gute Nacht, Schlaf gut. Beste Träume. Jawohl. Die Brücke ist eine coole Idee. Bau mal. Du baust den Turm und die Brücke. Was hältst du davon? Aber es gibt ja auch... Ach, da muss ich mich noch mal mit jemandem kurz schließen. Hängebrücken. Naja, aber so, dass du keinen... Dass das nicht auf dem Boden ist, die Säule, sondern die kann man auch in die Luft bauen. Aber da muss ich noch mal... Weißt du? Dann haben die nichts, wo sie gegenhauen können. Iiii. Achso, ich fahre von... Ich fahre den Turm. Nein, du musst nicht arbeiten. Nein. Och, Proxima. Och, ehrlich. Och, du Arme. Das ist Hardcore, Proxima. Das ist Hardcore. Ich wünsche dir eine Ruhegeschichte. Aber wirklich. So, hier ist der Kreis. Hier ist der Kreis. Ein Viertel sogar davon ist auf der Straße. Und hier sogar Straßenkulasch. Oi. Ein Viertel davon ist auf der Straße. Ich stelle dir mal... Nur damit du einmal siehst... Ich stelle mein Motorrad noch hier ungefähr ist die Mitte. Darf die Mitte? Das ist so ungefähr die Mitte. Ah, würde ich ja quasi überhaupt behaupten. Sehr schön. Meine Schaufel ist komplett repariert. Ich bin nicht gebaut. Ja, meine ich nicht. Tatsächlich. Ich hoffe, du hast genug Muttertüdel mit. Gar nichts. Doch, 50 Mutter habe ich dabei. Sehr schön. Meine Schaufel ist nicht repariert, aber da ich ja eine Stahlschaufel habe. Das sieht aber auch aus, es hätte hier schon mal jemand gegraben. Könnte ich das sagen? Warte, der Kaffee, Kaffee, Kaffee. Nutzen. Ich regne schon wieder. Also irgendwie immer, wenn wir buddeln, regnet es. Ist dir das mal aufgefallen? Der Himmel weint, weil wir die Erde abbauen. Ja. Ja, du hast... Na gut, dann trinken wir zur Abwechslung seinen Kaffee. Kaffee, Kaffee. Dankeschön für die Herzchen und für den Minion. Das habt ihr gesagt, ganz in der Nähe. Immer Richtung Südosten. Das ist kleiner geworden. Südwesten? Ja, wir sind noch genau mittig. Richtung Südosten, ne? Südwest, meine ich. Südwest, Südost. Mutter. Ich bin in der Nähe. Ja. In der Nähe. Oh, schade, ich hab wieder die Bibibibibüb. Nicht dabei. Wir sind immer noch drinnen, aber ein bisschen weiter hierher, eventuell. Zu dir? Ja, wir wenden ja so in diese Richtung so. Wir wenden Tüll. Ich will dieses Südwestgraben mal echt beibehalten, ob das wirklich stimmt. Also bei der normalen Versuche auf jeden Fall. Bei dem? Ja, hier ist ein Stein. Hier ist ein Stein, Stein, na ja. Ja, ja, deswegen. Als kleiner geworden. Du bist jetzt auf gelben schon. Oh, das ist aber fies, ne? Es wird ein Bad eingelassen. Ach so, deswegen. Oh. Das jemanden ja gesagt werden. Und ich bin hier reingefallen. Also hier war definitiv schon mal ein Loch. Vielleicht haben wir das schon. Weiter. Wir haben ja teilweise auch wieder kleiner geworden. Ja, wir sind, hier sind wir drin, hä? Eine Krise. Hey, da ist es. Aber echt. Noch kleiner geworden. Hier sind wir drin, hä? Müssen Sie jetzt irgendwann gleich finden, denke ich mal. Oh, hm? Ich nehme hier oben ein bisschen was weg, damit es das nicht fällt. Was ist ein Stein? Äh? Äh, um. Ja, manchmal ist das ja auch so ein bisschen... Noch kleiner geworden. Du bist in der richtigen Richtung, irgendwie. Da ist er. Ich hab ihn. Ja. Hast du... Ich habe... Keine. Wie mach du? Du hast ja die Angst genommen, sonst ist es ja wieder viel... Nee, ich hab keine Dietriche. Äh, ich mache... Ich hab, glaube ich, Dietriche eins. Hab ich. Ohne Dietriche gehen wir jetzt auf Schatzsuche auch nicht schlecht. Soll ich dir was sagen? Du hast keinen Limit. Hm. Gut. Da werde ich das jetzt mit der Spitzhacke. Ah, mit unserer Spitzhacke. Mit unserer Spitzhacke. Wie war das? Easy. Huch, warte mal. Mit der Stahl geht das kein... kein Problem. Ja, guck mal, wie schnell das runterfutscht. Keine Schatzsuche gepimpt. Nee, wahrscheinlich nicht. Andrea. Was? Wie sollen wir das gemacht haben? Vom letzten oder vom vorvorletzten Stream zu jetzt. Was sollen wir da gemacht haben? Die Schatzsuche gepimpt. Dafür brauchen wir Punkte. Wir sind das letzte Mal... Äh, uns sind das letzte Mal Punkte abhanden gekommen. Oh nein, mach. Uff machen. Uff, mach. Was haben wir da gemacht? Äh, Holzbogen und jede Menge Munitionen für Gewehr und 44er und Goldklumpen, Matronhülsen, Stahlknüppelteile und Schrot, Oberschrot. Schön. So. Kommt raus. Ja. Ich hab Angst. Du buddelst mich ein. Niemals. Uff, uff. Wow. Das würde ich niemals tun. Grinst die arme Kiste. Ja, ja. Sie kann das. Sie kann das auch. Hü? Ja, ja. Macht nichts. Also wir sind... Ich fall durch die Welt hin. Was? Wir haben ja durch die Welt gefallen gerade. Oh nein. Ähm. Wir sind jetzt Tag 62. Warte mal. Morgen ist heute. 56, 63. Morgen ist heute. Morgen ist heute. Tage. Oha. Leute. Wie spät haben wir das jetzt? Die fangen wir nicht mehr an. Nee, nee. Die fangen wir nicht mehr an. Schaffen wir bis nächstes Mal. Kleine Ansage an euch. Wenn es 4 Uhr schlägt. Wenn es 4 Uhr schlägt. Ähm. Werden wir heute den Studio beenden. Auch wenn es vor 10 Uhr sein sollte. Damit beim nächsten Mal noch ein ganzer Tag zur Vorbereitung genutzt werden kann. Na dann. Gib mir mal eine Schatzkarte. Du kannst ja auch machen. Ist ja bewusst. Nein, nein. Bitteschön. Hast du? Ja, ja, ja. Okay. Ich lese mal. Ähm. Hab mir die spielenden. So wieder, Raphael. Akzeptieren. 964 Meter. 964 Meter. Ich mach mir da einen Wegpunkt hin. Ah. Okay. Okay. Ich folge dir auf dem Fuße. In die Längs. Okay. Ron hat's gehört. Und Lavi hat's auch gehört. Sehr schön. Sehr schön. Äh. Die Frau ist verschwunden. Hm? Warte, ich komm. Ich komm. Ich fliege hier. Ich bin bei dir. Okay. Dein ganzer Bär ist eingestürzt. Dein Bär? Der Berg. Hat das Dürf vergessen. Ach der Bär. Deine Bär? Ach. Der ganze Berg ist eingestürzt. Ach du Scheiße. Guck mal. Ja, nicht abgestürzt. Ne? Das zum Thema Stützpfeile. Oh. Wir sind hier bei unserem Turm. Ja. Outsch. 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 Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also. Hier ist auch so eine wunderhübsche Villa Kunderbund. Oh, 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 oh. Jetzt ruckelt es gerade ganz doll. Ja. Ein wenig. Ich bin bei dir. Okay. Wenn ich lieber mal. Jetzt ruckelt es schon wieder. Ich steige ab und in meinem Motorrad. Es ist nur 100 Meter. Ich habe jetzt echt Schiss, dass mir das wieder abhanden kommt. Den Rest laufe ich. Ehrlich. Weil. Ich jetzt durch die Map falle, dann habe ich mein Kram wenigstens in die Tesch. Ja, hier ist er. Kann ich absteigen oder was? Ja, hier ist er. Warte, ich stecke mein Motorrad auch ein, damit es nicht wegkommt. Ja. Hier schreit aber jemand. Der braucht jemand gleich auf die Nase. Warte mal. Die Mitte. Guck mal her. Einrad. So haben wir nicht gewettet. Du störst uns nicht. Das hier ist die Mitte? Jupp. Ich hole schon mal das Schäufelchen raus. Naja. Wobei. Naja. Der Optik. Ich bin so sorgig. Ja. Der Knick in der Optik und so, ne? Auch. Meine Eisenbine ist jetzt frei Luft. Oh. Naja. Das ist wie kein Sauerstoffmangel. Das ist wie kein Sauerstoffmangel. Das ist wie kein Sauerstoffmangel. Das ist wie kein Sauerstoffmangel jetzt. Naja. Das stimmt schon. Hat es sich verändert? War nicht wesentlich weiter. Noch nix. Und da putzelt die Krössantheten. Eine halbe Stunde. Ja. 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 Also ich soll das jetzt schreiben wegen 4 Uhr. Guck mal ein Stück weiter zu mir. Du bist am Rand. In meine Richtung. Und andersrum. Andersrum. Hier. 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 Jetzt hab ich dir meine schöne Schaufel in deine hübschen Schuhe gehauen. Ach nix. Er hat's gehört. Er hat's gehört. Er hat's gehört. Das ist aber lieb, dass du daran denkst, lieber Philipp. Aber er hat's gehört. Sein Glück. Auf die nächste Horde bin ich mal gespannt, ob da jetzt wirklich mehr kommen, weil wir die Zombies ja verdoppelt haben. Ja, da kommen auch definitiv mehr. Ja klar. Und dann auf die übernächste, wenn wir alle zusammen an einem Fleck stecken. Ich hab dich gern jetzt, weißt du doch. Huch. Schau gegen Stein. Schieß. Auch wenn wir dann alle zusammen an einem Fleck, das wird heftig. Das wird ordentlich ruckeln. Ja. Und dann auf freier Flur. Freier weiter Flur, ne? Also hier nicht verstecken oder sowas. Echt? Na klar. Draußen alle? Draußen? Warum nicht? Ey. Ihr habt gesagt, sterben gehört dazu. Jetzt sterbt wir ordentlich Männer und Frauen. Aha. Ja. So. Benutz. Warte mal, ich guck mal, ob es schon kleiner geworden ist. Ja? Ja, du bist nicht richtig. Ihr könnt euch Eisenrüstung anziehen, ihr könnt euch, ne? Das kann ruhig klappern in der Blutmondnacht. Das ist egal. Warte, es ist kleiner geworden. Ich guck mal. Ja. Ja, du bist drin, du bist drin, du bist drin. Das muss hier jetzt irgendwo kommen. Dann die immer rumtüdeln. Also Kaffee brauche ich bei der Schaufel nicht mehr trinken, ne? Also es ist... Nee, bei der Stahlschaufel. Voll geil. Das ist richtig. Das wird gefälligst leise geholfen. Äh, gestorben. Ah, du müsstest gleich drauf treffen. Tatsächlich. Wir sind hier... Weil da hinten ist nämlich schon der Rand. Ne, ich hab noch nicht alles steil, oder? Hab ich schon alles steil? Nein, nein, nein. Du hast die Axt und die Spitzvergabe. Und die Knüppel. Da ist er. Da ist er. Da. So. Warte, wer gerade... Ich sehe nicht. Hier. Ach, da. Ach, da unten. Ach, guck, wie süß. Ja, so. Einmal klopfen. Der ist ja süß. Der ist ja süß. Jetzt allerliebst. Draußen ist jemand. Ja, ich geh mal gucken, ne? Wirst du mal gucken gehen? Ja, ja. Ich geh mal gucken. Du hast gute Chancen, dass du es noch schaffst. Guck mal, wir haben es ja erst mal jetzt halb 10. Wir haben noch die ganze Nacht. In der halben Stunde ist der Stream zu Ende. Also das dauert auf jeden Fall mindestens... Schöhnchen... Wahrscheinlich wieder eine Blutnaht ohne mich. Ne, 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 ne. So, ich mache auf, ja? Ja, mach auf. So, es ist drin. Diamantengeld, 7,62, 300 Schuss, Schießpulver, Patronenhülsen, 50 Mecknam, 178, ne, sag mal, 9 mm, 159 rot, zwei Bogenteile, Geschossspitze und Patronenhülsen. Ja, schön. Ja. Schön, schön. Also, noch wieder ein bisschen Muni dazu. Und dann hab ich wieder die Mutter. Mutter, der Mann mit dem... Warte mal, ich hab da hier... Aber da muss ich noch ein bisschen machen. Ne, 300 auf keinen Fall. Ich mach nochmal 50. Also, dann könnt ihr nämlich hier noch mit durchlaufen. Dann mach mir hier wieder zu. Siehst du? Ich verteidige dich mit meinem Leben. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Seit 840 Stunden unsterblich. Ja, wenn du Twitch-Integration hättest mit Menschen, die dir ans Leder wollen... Ja, und das in Endlosschleife hintereinander, dann wird's irgendwann schwierig. Das bezweifle ich denn ernsthaft, dass das so wäre. Wer hat das geschrieben? Ron? Fenrir. Fenrir? War das toll? So. Reicht das? Reicht nur da draus? So, ich werde dann der Planck. So, dann fahren wir jetzt heim. Du wirst es nicht glauben, worauf ich gezielt habe. Auf was? Auf mich? Auf meine Drohne? Nein, nein. Bei dem. Bei dem. Bei dem. Ach, das Motorrad habe ich ja in der Tasche. Ich wollte gerade sagen, mein Motorrad ist weg. Aber es ist da. Nein, es ist da. So. Ja, wie gesagt, 4 Uhr, wenn die Nacht vorüber ist, bitte dann den Server verlassen. Ja. Naja, ich denke mal, bis 4 Uhr werden wir gar nicht mehr spielen. Meinst du? Meinst du nicht? Halbe Stunde noch? Halbe Stunde. Na, obwohl doch könnte sein, bis 5 Uhr. Ja. So, dann schließen. Dass beim nächsten Mal richtig noch Vorbereitungszeit ist für alle, die da sind. Ich hoffe ja, dass das nächste Mal... Wo ist denn unser Zuhause? Da längst. Oh, warte mal ein bisschen Licht an. Mit über 10. Wäre cool, wenn es nächstes Mal wirklich alle dabei sind. Ja, genau. Mit Enno. Von allen drum und dran. Kaffee Marsch. Ui. Die will auch sofort los. Ne. Warte mal, ist hier schon offen? Wir können ja mal runterspicken. Ich hau hier mal auf. Dann gehen wir halt einfach nur, wo der Hockblut ist. Ach ne, geht man nicht. Die Tür ist ja verriegelt von innen. Genau. Ja, die ist noch drin. Ist verriegelt, oder? Ist hier noch keiner drin war? Kann ich mir gar nicht glauben. Ne, ne, die ist verschlossen. Schade. Nein, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wir müssen uns nur schnell durchlaufen. Ohhhh. Hahaha. Was? Er hat gemeckert. Wer hat gemeckert? Der Halbi hat gemeckert, dass er nicht rauskam. Echt? Oh, da war was hinter gewesen wahrscheinlich. Macht doch nichts. Komm, wir wollten schnellen Durchgang. schnell durch haben ja dann habt ihr die hauptblutung gewiss hier sind zwei ja oder so aber das medizinschränke guck mal rein ja da bin ich auch gerade wollte ich auch gerade rein wir müssen hoch aber jetzt hätte ich dich schon erschossen tatsächlich ja das sind die doofe treppe hierher kommt kommen ich bin bei dir sie ist runtergefallen tatsächlich ist mir da schlumpf schuhe ach jetzt ist doch hier wieder diese komische hüpf geschichte oder und ich habe diesmal geschafft auch ich bin stolz hochgeschichte ich weiß es nicht raus heraus ach ja okay ich komme jetzt nicht wieder zurück nein 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 alles gut ich bin runter gefallen ich komme mal wieder hoch ich kann nicht schießen warum nicht wir haben keine tüte situation ja aber ich konnte das kann natürlich sein warte auf die lang hier lang hier lang hier lang ist wahrscheinlich irgendwie ist mein dings verrutscht warte mal ich muss mal im inventar jetzt 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 Auf der Beruf, genau.